Also im normalen Spiel kann man insgesamt 9 von diesen Feldern kaufen. Es gibt aber eine Mod, die schaltet alle 25 frei. Das ist natürlich ein bisschen heftig. Ich werde mir die aber runterladen, glaube ich, weil ich kann jetzt nur noch 2 Gebiete kaufen. Weil ich habe bereits 7, wie man sieht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und ich möchte auf jeden Fall das hier oben haben. Aber eben, damit ich das Wasser hier unten wieder rauslassen kann, brauche ich dieses Gebiet. Weil sonst habe ich das hier bei mir und da will ich das nicht haben. Hier unten, das interessiert mich eigentlich nicht so. Deswegen werde ich mir die auf jeden Fall runterladen und dann schnellstmöglich das und das erweitern. Das war eigentlich ein Fehlkauf hier. Das hätte ich mir sparen können erstmal. Weil, scheiß auf die Straße hier. Jetzt habe ich es eigentlich eh nicht verbunden. Also von daher, naja, gut. Aber hier das, ich muss fast das hier zuerst kaufen, damit ich hier keine Probleme kriege. Da darf ich, das darf ich nicht vergessen. Da muss ich mir einen Zettel schreiben und mich daran erinnern. So, jetzt aber. Das Ding läuft hier, glaube ich, soweit. 646, sehr gut. Boah, 8000 die Woche, alter Schwede. Jetzt muss ich nur gucken, dass ich mehr Kohle reinkriege. Und guck, mehr Kohle heißt natürlich mehr Leute. Wie geht's euch hier? Sekt. So, Strom ist jetzt, ja, weit am Limit. Das heißt, die ganze Schose hier kann weg. Ja, ja, reißt die Bäume ab. Macht Sinn. Die freuen sich. Da komm auch weg hier. Scheiß auf Ökostrom. So, das ganze Klimbim. Alles weg damit. Und die jetzt. Oh, jetzt habe ich Wasserprobleme scheinbar. Warte mal, da muss ich mal schnell gucken. Eben hat's noch. Krass. Eben war das noch hier oben und das war einfach weit unten. Da hab ich schon gedacht so, okay. Oh, 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 oh. Warte, 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 warte. Warte, 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 warte. Äh, pumpen. Scheiße, die pumpen müssen auch, die müssen ja auch schon mal woanders hinbauen. Hier ist nicht so gut, oder? Harte mal, was hast du? Hier ist nicht verschmutzt, oder? Auch in der Industrie ist Scheiß drauf. Ich baue das da jetzt hin. Gleich vier Stück. Großzügig. klappt das hat sich nicht verbunden so das zeug hier kann nämlich auch alles weg jetzt ist ja immer schön aus müssen die sich untereinander eigentlich verknüpfen okay die frage glaube ich gerade beantwortet stimmt die sind nirgendwo verbunden bis jetzt der stadtteil auch nicht wird blau wird blau ach so warte mal hier läuft's läuft sehr gut okay strom voll voll landfield usage 200 prozent das ist wieder im roten bereich also wenn da noch einen schlauen tipp hat auch guck mal die werden ganz gelehrt hier alles klar gleich mal anschmeißen hier aber das ding ich glaube da brauche ich ein zweites ist das schon wieder am limit deswegen vielleicht hat es eine platz in der ecke geil perfekt so war das nächste gucken wie es dem geht das ist auch hart vielleicht liegt es daran ich habe zwei mal so eine müllverbrennung aber die sind wahrscheinlich so ausgelastet und dann setzt da noch eins hin oder hier ab hier direkt dann haben sie es nicht so weit so dem hier müsste es eigentlich ganz gut gehen krass ist auch voll gar mit schluss verstehe ich das richtig dass das voll ist ach keine ahnung auf jeden fall soll das jetzt reichen dicke minus sehr gut okay wo die haben noch zwei millionen hier zum verspielen das sollte krass jetzt sterben hier schon wieder unglaublich unglaublich okay ich werde dieses gebiet hier unten gerade ausbauen dass es immer so komplett gefüllt ist mit leuten und da werde ich noch so ich werde erst mal anlegen und dann gucken wie es ein wie es ein teile das gebiet habe ich jetzt hier erst mal so grob flächig angelegt und ich habe hier drunter überall parks gesetzt unter die brücken ich glaube das ist ziemlich cool weil das erhöht natürlich hier gerade auch für die so das land value und hier kann eh nichts gebaut werden von daher ist ehrlich ein perfekter platz oder ich glaube ich doppel gebaut aha das sind sie spiel naja gut scheiß drauf ich dachte das wären so normale parks und eben der ganz große geht leider nicht der ist zu hoch scheinbar aber ich glaube das ist gar nicht schlecht da werde ich hier das komplette ding voll knallen mit high density wieder und dann muss ich gucken wie ich hier rüberkomme oder mache ich das ich mache das separat ich glaube ich trenne die beiden gebiete drauf geschissen aber ich brauche was zum einkaufen ich brauche mehr zum einkaufen auf jeden fall hier kommen wir das ganze ding wird manchmal voll wo gar wird das peiling ab muss mir gleich anschauen das ganze gebiet hier auf jeden fall noch zum einkaufen direkt direkt vom bahnhof außer kiste reinen rinnen laden so hier wieder die dicken häuser größer desto besser ich muss unbedingt mal gucken dass ich dieses special gebäude noch baue habe ich denn überhaupt noch am start hier das will ich auch haben monuments 65.000 okay ich weiß nicht genau warum ich habe letzt mal seit ich habe alles auf einmal freigeschaltet aber das kann irgendwo nicht sein ich glaube entweder ist es ein bug oder das kommt durch diese dinge her dass das irgendwas gemacht hat weil es gibt es gibt halt vorgaben was man dafür machen muss ich habe das man so ein video gesehen wo das einer unbedingt haben wollte und alles freigespielt hat und das eine ist zum beispiel so eine krasse arbeitslosigkeit oder sowas und das habe ich ja bei mir gar nicht gehabt also keine ahnung was da passiert ist aber gut ich habe jetzt alle freigespielt freigecheatet wie auch immer sollen wir eigentlich alle sein ist es mir hier eigentlich ziemlich egal aber schon ein bisschen seltsam nur nicht dass jemand denkt ich hätte das irgendwie absichtlich mir ergaunert das war nicht die intention aber jetzt soll ich aber baue es natürlich so was haben wir denn überhaupt noch was ist das karlasol order office jetzt hier guck mal kann das sein dass es am verkehr liegt ja das könnte noch sein das problem ist hier die zufahrt die wollen alle raus scheinbar die wollen alle rein die kreuzung hier ist blöd müsste eigentlich wenn ich das ding hier weg klatsche und den verkehr zwingen hier rum zu gehen ich probiere das mal nur die kleine verbindung da in der mitte müsste weg so das heißt hier muss ich eine verbindung machen scheiße dass die schule dazwischen wohl vielleicht regelt sich von selbst ein bisschen problem sind halt die ganzen kreuzungen hier die ich hier habe da gibt es aber auch eine möglichkeit man kann das eben mit einwandstraßen natürlich entsprechend regeln aber ich werde jetzt erstmal so weiterlaufen weil hier man sieht die die kommen ja alle nicht klar vielleicht sollte ich hier eine verbindung schaffen aber warum fahren die auch alle hier lang und wahrscheinlich weil es wirklich die einzige straße ist und jetzt müssen sie alle hier hinten lang und können auch darum eigentlich wird schneller gehen jungs wenn ihr hier lang fahren würdet ich überlege grad aber ich kann das hier gar nicht als einwandstraße machen das macht irgendwo keinen sinn hier ist sowieso highway ach so guck mal die fahren hier alle runter ist wahrscheinlich ein bisschen zu klein das stück hier auch wollen die denn hin die wollen hier rüber ja so langsam geht es doch so das eine oder andere verkehrsprobleme anfang habe ich gedacht so hat er läuft eine super war da war ja auch noch nicht so viel bei mir los da muss ich mir noch mal was überlegen das mal irgendwie aber es ist wirklich nur das eine stück hier krass und hier natürlich und da habe ich ja meinen menschen möglichst getan bis jetzt es geht aber eigentlich noch würde ich sagen oder hier ist ein bisschen rot orange gut das ist halt klar wir fahren natürlich auch 10.000 autos lang hier könnte man vielleicht ich könnte es hier noch vielleicht eine autobahn anschließend das wird noch eventuell etwas bringen jetzt keine gute jahre herkommen macht irgendwie keinen sinn weil die haben wir hier oben ihren eigenen bahnhof das heißt wir können hier das verschippen verteilen hier haben sie noch dass den hafen da können sie alles verschiffen dann auf der autobahn fährt scheinbar auch keiner weil hier ist nichts los hier ist ein bisschen was aber hier müsste ich eigentlich viel mehr stand weil das ja eine viel kleinere straße ist aber hier staut sie ist halt brutal also das von müll ja eigentlich auch nicht oder ich könnte was ist denn wenn ich hier die brücke noch upgrade das müsste doch eigentlich locker drin sein oder ich habe jetzt gemacht jetzt habe ich ja strom weg gehauen oder man echt diese strommaste verbindet sich doch automatisch so perfekt jetzt müsste eigentlich der verkehr hier auf jeden fall flutschen jetzt staut sie es hier ist klar jetzt staut sie es davor wo keine ok also das hat nicht so viel gemacht garage ist piling up da unten ok und da krass also ok das ding hat wirklich nur begrenzte reichwert das ist glaube ich das auch das mir in grün so angezeigt wird mit den straßen alles was so dunkelgrün ist ja man sieht das ist dunkelgrün jetzt da das ist wahrscheinlich nicht so optimal gelegen ok aber das kann ja nicht sein guck mal die sind direkt hier drüben also bitte ein paar meter werden sie ja wohl noch fahren können und da sind eins zwei drei vier fünf stück krass und das reicht einfach nicht oder wie verstehe ich nicht das leuchtet mir grad irgendwie nicht so ganz ein guck mal null von 15 null von 5 hä moment es ist kein einziger wagen unterwegs aus und anladen warte mal so guck mal ob die jetzt hä ok das heißt scheiße das ist das problem bei mir das heißt ich darf das gar nicht anmachen sondern erst wenn das ding voll ist ok so würde ich es jetzt verstehen zumindest guck mal hier ist auch da ist nämlich 97 prozent voll das heißt jetzt wird das geleert und jetzt fahren sie nämlich alle um das scheiß krass hey das ist aber ein bisschen blöd gemacht jetzt muss ich jedes mal hier guck mal hier geht es nämlich wieder ab ok jetzt muss ich also jedes mal die ganzen müll kippen im auge behalten welche dort voll ist oder auch die meldung warten die dann lernen dann nicht vergessen das ding wieder umzuswitchen oh man so hier die sind nämlich auch alle wahrscheinlich gar nicht in was ist das denn ist das denn na eben solange kein müll drin ist arbeitet da keiner dann scheinbar das ist ja dumm so das ding ist voll ja oder ist das ein fehler irgendwie wenn die komplett leer sind dass sie aufhören zu arbeiten das wäre natürlich schon schlecht deswegen bringt das auch gar nichts wenn ich immer was neues baue und dann automatisch wieder hier drauf klicke so jetzt mal 15 15 ok jetzt müsste es aber eigentlich ok die sind versorgt die noch nicht so ganz oh man gut bei so einer großen stadt man müsste mir überlegen ich glaube da sollte ich hier vielleicht wirklich noch eine zweite ein zweites gebiet hinsetzen so eine mülldeponie dass sie halt von zwei seiten angreifen können so hier ist er komm dann setzen wir das direkt hier oh shit gut das muss ich hier erhöhen dass man hier drunter herfahren kann okay ich werde das hier unten nochmal ein stück ausbauen das heißt ich werde hier jetzt die zugverbindung muss auf jeden fall bisschen erhöht werden also praktisch auf eine brücke die werde ich hier ein bisschen hoch machen dass man hier drunter herfahren kann dann hier drüben noch ein bisschen keine ahnung ich glaube hier es muss alles groß werden hier wird alles groß ich habe gerade überlegt ob ich hier wieder die kleinen gebiete baue so wie hier aber hier soll so manhattan like entstehen da brennts ja ne das mache ich so ich habe kurz überlegt aber ich glaube ne das mache ich hier ich baue das unten weiter aus werde hier noch die ähm eben die mülldeponie nochmal neu einrichten und dann hoffen dass ich das hier ein bisschen aufhöre und shops muss ich immer noch bauen alter schwede shops on ender hier wird ein riesen hier könnte ich eigentlich ein geiles gebiet anlegen wohl irgendwie gefällt mir gefällt diese ecke hier einfach nicht so ganz das hier sieht schon ganz cool aus so überlegt mal was ich hier noch hin mache hier müssen auch noch häuser hin da muss ich noch eine straße irgendwie rüber bauen oder so drunter her hier müssen noch häuser hin auf jeden fall das hier ein bisschen was ist und hier auch noch das muss alles voll werden oder ich mache oder ich mache riesen genau hier mache ich eine riesenfläche bäume hin und da irgendwelche häuser an okay also ich mache hier erstmal unten weiter und dann hoffe ich dass sich das müllproblem gleich mal klärt so die mülldeponie steht der müll geht auch jetzt einigermaßen klar hier soweit da drüben hat es sich auch gut geruhigt und ich habe es mal wieder geändert es geht mir einfach auf den nerven irgendwie sieht das scheiße aus und das hat mir nicht gefallen ich habe jetzt hier die brücke durchgezogen dass hier erstmal der verkehr wieder komplett fließen kann ist vielleicht auch gar nicht schlecht hierfür und das ding habe ich komplett wieder abgerissen weil irgendwie geht mir das weiß ich auch nicht das gefällt mir nicht so hier kann ich oben noch ein paar Müllkippen eventuell hinsetzen und dann kann ich hier noch komplett das alles zubauen und dann sieht das ich glaube das sieht besser aus und ich weiß noch nicht wofür ich hier unbedingt eine Verbindung brauche unten zu der Autobahn weil dann werde ich eher hier gucken dass ich vielleicht wenn überhaupt hier außen am Wasser was lang setze aber ich glaube selbst das werde ich mir sparen ähm die können jetzt halt nur hier auf die Insel ich werde hier noch gucken dass ich hier vielleicht von der Straße ab irgendwas baue dass ich hier so eine Ausfahrt habe und hier eine Auffahrt oder so das werde ich wahrscheinlich machen aber mehr werde ich glaube ich hier nicht mehr machen weil mir ist einfach das das Gebiet dafür zu schade es verschändelt das ganze hier und das ist nicht so wie ich mir das vorgestellt habe deswegen werde ich jetzt hier das Gebiet noch komplett zubauen gerade noch und zwar einfach auch in diesem ganzen Manhattan like Block Muster dass hier schön die Straßen bis an den Rand hier hinten so die ganzen Gebäude und dann hoffe ich dass da eine geile Skyline entsteht und ich werde ein paar große Gebäude hier vor allem hinsetzen so ein bisschen verteilt das ganze schön hier vielleicht auch noch eins dass ich da mal wieder so ein bisschen was an der Optik mache ich habe hier jetzt mal noch so eine kleine Abfahrt gemacht und extra auch das ganze dreispurig wie man sieht wird es gleich direkt genutzt weil ich habe mir jetzt überlegt vielleicht ist es doch ganz sinnvoll dass man eben eine direkte Verbindung von der Industrie erinnert dass sie vielleicht ihr Zeug hier besser rankarren können und dann dass sie die die Deine die 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 Vielen Dank.